Herzlich Willkommen bei Dr. Chess 1, 2, 3, 4, 5 Den gibt es da auch Okay Aha Kinside Castling Kinside Castling Okay Was haben wir denn da noch? Hm 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 Dreifach? Dreifach? Okay Hm hm Wollte eigentlich da hin Guck um Echt? Hm hm Wollte er hat auch noch den Er ist jetzt interessant Hm 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 Ja Echt Die nochmal wegziehen Okay Hm hm хcon Was ist eigentlich mit dem da? Haben wir denn noch schönes hier? Ja, durchstarten oder? Nicht durchstarten. Hätte ich dahin gemusst. Da kann ich noch hin. Etablishment. Was soll denn da hin? Sein Opfern. Aha. 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 Da hätte ich noch eine Möglichkeit. Aha. 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 Hast du denn noch vor? Genau. Ja. Okay, den haben wir jetzt auch weg. Check. Vier halten ihn auf. Check. Ja. Vier gegen. Check. Okay, ich bin jetzt auf dunkel. Das macht wenigstens Spaß. Check. Okay, wir sehen. Das ist auch eine interessante... Check. Das sieht eher nach einer Mie aus, hm? Mhm. Das sieht eher nach einer Mie aus, hm? Interessant. Interessant. Ja. Ja. Hm. Das ist natürlich eine sehr interessante Möglichkeit. Aha. Das ist natürlich eine sehr interessante Möglichkeit. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, dann muss ich jetzt weggehen. Okay. Okay. Queen. Promotion to Queen. Check. Check. So, echt? Check. Check. So, wir sind ja noch das. Okay. Hier geht's. Die kann aber noch eine. Okay